Ja, hallo, grüße, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, ja, ein kurzes Update hier aus Österreich, zwei Tage bevor ich Richtung Griechenland wieder aufbreche, hier ist die Weltuntergangsstimmung, heftige Stürme, heftige Regenschau, ja, ich nütze die Gunst der Stunde, dass gerade kein Regen ist, kein, und der Wind nicht so extrem, und gehe mit meiner kleinen Bo, wo ist sie, da, eine Runde spazieren, ich wünsche euch, dass es bei euch auch nicht so schlimm ist, wie hier, gerade, also, nicht so schlimm, ich habe schon genug Feuerwehr heute gesehen, im Einsatz, aber, dass ihr nicht begrüßen seid, in dieser Szene, einen schönen Herbst, und ich denke mal, wenn ich dann den Griechenland finde, hat sie sehr genügend neue, erfreiliche Videos, tschüss!